So, ich bin jetzt in Marrakesch angekommen. Ich bin ja keine Touristin und wohne deshalb nicht im Riyadh. Hat mir also wirklich sehr, sehr schwierig war es, ein Hotelzimmer zu finden. Marrakesch ist vollkommen ausgebucht. Ich wollte ja ein Hotelzimmer auch mit Parkplatz. Und ich habe dieses Asunfu gefunden. Schaut mal, hier ist sogar eine Küche. Ich bin völlig happy damit. Hier haben wir das Bad. Hier ist das Bad. Es ist alles da. Es ist alles sauber. Und hier ist das Schlafzimmer. Das Einzige, was hier fehlt. Ich bräuchte natürlich jetzt noch zwei nette Menschen, die das Schlafzimmer ausnutzen. Und das Ganze hat mich 140 Euro gekostet für drei Nächte. Und das Fahrzeug ist sicher in der Tiefgarage untergestellt. Ich bin völlig happy.